Diese Zeilen gehen um die Analyse da draußen, die immer noch das Marktprodukt von meinem Stadernhausen. Die Güter nummeriert und uraufs Geld fixiert, gekassert und zerhackt, auf Qualität gekackt. Macht euch drauf gefasst, dass ein Fluid seine Meinung sagt. Was stellt sich eigentlich an echter Bein, wenn er wies? Hier alle von Geburt langweist, die Platz unverschreibt. Seine Weinsdorf liebt, weil er zeigt, dass weich fällt. Keine Macht, was er liebt, alles an sich ist egal. Ja, dreist auf die Monalle, ist ein Deck, ohne Sinn. Kein Roboter, einen Pfand, kein geplant, denn andere Leute Schatzspiel. Die will auch scheiß noch wie ein Schachmachspiel. Mein letzter Meister, damit steckt Zauberstellen. Und keine gute Fehl im Traum, die sagt, pass auf. Erst müssen Geist und Körper sich ergeben. Dann ersetzt man das Gehirn durch Geld. Du bist gekauft. Ist es das wert? Sag mir, ist es das wert? Ist der Preis, du bist aber, warum lassen sie sich kaufen? Dich, die da draußen, als Puppen rumlaufen. Hände Kräfte gehen mit Geld, könnte Müller sprechen. Wollen sie so nicht das sein, nein, sie wollen. Wollen sie passen, wollen dein Werk verpassen. Wollen sie fördern lassen. Ist es das wert? Sag mir, ist es das wert? Was ist es wert? Was ist es wert? Kein Gönnesiewebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Und trotzdem fühle ich mich eingesperrt, was ist das für eine Macht, die mir diese zahlen kann? Ich muss hier raus, ich muss hier raus, was soll dieser Zahl auf meiner Stimme, noch keine Handelsgut bekommen ist, aber die mich einsperrt, ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf meiner Stimme, noch keine Handelsgut, Kontrolle ist die Macht, die mich einsperrt, ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf meiner Stimme, noch keine Handelsgut, Kontrolle ist die Macht, die mich einsperrt, ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf meiner Stimme, ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf meiner Stimme, noch keine Handelsgut, Kontrolle ist die Macht, die mich einsperrt, ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf meiner Stimme, noch keine Handelsgut, Kontrolle ist die Macht, die mich einsperrt, ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf meiner Stimme, noch keine Handelsgut, Kontrolle ist die Macht, die mich einsperrt, Ich muss hier raus, was soll diese Zahl auf weiter? Stimm mir doch kein anderes Buch, das alle ist nicht mal Wie viel schein ist, weil ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich muss hier raus Kein Geld mehr mehr 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 Kein Geld mehr mehr